Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück nach dreiböchiger YouTube-Pause. Ich war jetzt drei oder vier Wochen weg, jetzt bin ich aber wieder da und habe sehr viele Videos für euch am Start, die jetzt kommen werden zum Thema E-Commerce, zum Thema spiritueller Entwicklung, wie man sich das richtige Mindset aufbauen kann, um überhaupt mit dem eigenen Business zu starten. Bei mir sieht es gerade so aus, dass im Hintergrund mein Freund und ich eben in unserem neuen Online-Shop arbeiten und während wir das machen, fällt mir halt eben auf, dass es so viele Sachen gibt, die ich euch noch nicht gezeigt habe oder so viele Tipps gibt, die ich noch mit euch teilen will. Und deswegen geht es im heutigen Video um das Thema Produktbilder, wie man geeignete Produktbilder für den Online-Shop von zu Hause aus machen kann, wenn man nicht gerade der Profi im Fotografieren ist oder wenn man nicht die allerbesten, krassesten Tools hat. Ganz oft wurde ich gefragt, wie macht man denn diese Bilder mit dem weißen Hintergrund zum Beispiel, die so professionell aussehen auf den Online-Shops und das werde ich euch heute zeigen. Es werden auch Vlogs in Zukunft kommen, weil, wie gesagt, wir bauen gerade den eigenen Online-Shop. Es läuft viel hinter den Kulissen ab und ich möchte euch da einfach mitnehmen, auch wenn der startet und so, was wir machen, welche Produkte verschicken und so weiter, werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert mich spätestens jetzt. Ich werde euch da nämlich mitnehmen und ihr werdet wirklich sehen, wie läuft das ab, wenn man den eigenen Online-Shop dann wirklich betreibt, weil bisher habe ich euch ja nur von meiner früheren Erfahrung berichtet, von dem ersten Shop, den ich hatte. Jetzt werdet ihr aber sozusagen hautnah miterleben, wie das Ganze dann abläuft. So, jetzt möchte ich nicht mehr viel drum herum reden und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Allererstes müssen wir natürlich über das Equipment reden und es kommt natürlich auch darauf an, was ihr verkauft. Hauptsächlich wird es hier um Produkte gehen, die etwas kleiner sind, sage ich mal. Zum Beispiel Deko-Artikel, Schmuck, Beauty-Artikel, vielleicht auch Kleidung. Kann man so fotografieren, aber natürlich kommt es einfach darauf an, was ihr Produkt hier anbietet. Und was ich gemacht habe, beziehungsweise was wir gemacht haben, ist, wir haben uns auf Amazon solche Platten geholt, mit denen man sich eben so eine eigene Fotobox erstellen kann. Ich werde auf jeden Fall alles unten verlinken. Ich habe da meinen eigenen Amazon-Store, wo ihr alles nachkaufen könnt, was ich euch empfehle. Und wir haben, ich zeige sie euch mal, Wir haben diese Platten gekauft. Die sind riesig, also zweimal von solchen Platten. Und dann kann man sich hier aussuchen, was für ein Muster die haben. Das sieht jetzt aus wie so ein bisschen so ein Stein... Ups. Hier sieht es jetzt eher aus wie so ein bisschen so eine Steinwand. Und hinten ist sie eben weiß. Und davon hat man halt zwei. Und die baut man dann halt so auf und kann da Bilder machen. Ich werde euch auf jeden Fall auch Bilder, Videos einblenden, wie das Ganze dann aussieht. Die ist ganz, ganz essentiell, finde ich, wenn es ums Bildermachen geht, weil man eben kein richtiges Fotostudio hat. Und ich habe die zum Beispiel früher nicht benutzt. Und jetzt erst gemerkt, wie wichtig so eine Fotobox ist. Und natürlich Lichter. Licht ist ganz wichtig. Holt euch, glaub mir, ihr holt euch einfach die Softboxen auf Amazon. Ringlicht, LED-Lichter. Ich habe alles unten verlinkt. Aber mindestens zwei Softboxen braucht ihr. Mit einem Ringlicht alleine würde ich zum Beispiel nicht arbeiten. Ich finde, das Licht ist da ein bisschen zu hart. Ich bin jetzt auch kein Profi. Aber so Softboxen kriegt ihr für 50, 60 Euro. Und das ist wirklich eine mega Investition. Dann fragt man sich natürlich gut, brauche ich jetzt eine Kamera oder kann ich mit meinem Handy fotografieren? Da kommt es natürlich auf euer Budget an. Ob ihr schon eine Kamera zu Hause habt zum Beispiel. Ich habe früher mit meinem iPhone fotografiert. Es hat komplett ausgereicht. Also wenn ihr jetzt nicht das Geld habt, um in eine Kamera zu investieren, keine Sorge. Ihr könnt auch mit eurem Handy anfangen. Ihr braucht halt ein gutes Smartphone mit einer guten Kamera. Jetzt gerade fotografieren wir mit einer Kamera. Ich werde euch mal einblenden, wie die Kamera heißt. Und die macht sehr, sehr gute Bilder. Kann ich euch also auch sehr gut empfehlen. Aber das heißt, zum Start braucht ihr erstmal nur die Sachen, also so eine Fotobox, die Lichter und die Kamera. Am besten noch ein Stativ. Dann könnt ihr eben immer vom gleichen Winkel fotografieren und müsst nur die Produktplatzierungen ändern. Also nur die Produkte austauschen. Aber die Kamera bleibt immer fest da und ihr müsst einfach nur das Bild schießen und nicht irgendwie die ganze Zeit hin und her bewegen. Das heißt, ein Stativ ist natürlich auch sehr wichtig. Das sind dann die vier wichtigsten Sachen. Dann kommt es einfach darauf an, was für Produkte habt ihr. Und könnt ihr dann noch irgendwelche Requisiten benötigen, wie zum Beispiel Seidentücher. Oder, Moment, Ich hole euch mal kurz das, was ich gekauft habe. So, hier habe ich jetzt alles drin, was wir für Fotos machen, verwenden. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Schmuck verkauft, dann so eine Schmuckbox, in dem ihr ganz schön euren Schmuck platzieren könnt. Oder wie gesagt, so Seidentücher in weiß. Ich habe die noch in rosa, in verschiedenen Farben, um damit noch schöne ästhetische Bilder zu machen. Nicht nur für den Online-Shop, auch für Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Dann habe ich noch ganz viel von solchen Formen. Die kennt ihr bestimmt von anderen professionellen Fotos. Damit kann man sehr schön ästhetische Bilder machen auch. Und alles bekommt ihr auf Amazon. Wie gesagt, ich werde euch alles unten verlinken. Wie auch zum Beispiel solche Schmuckständer, mit denen man auch sehr tolle Produktbilder machen kann, mit Halsketten, Ohrringen und so weiter. Ich zeige euch jetzt ungefähr, wie wir das dann aufgebaut haben. Wie wir dann die Bilder gemacht haben. Also ihr seht, man muss ein bisschen rumprobieren und schauen, wie kommt das Licht am besten. Man muss die Fotoboxen immer wieder hin und her schieben, um zu gucken, wie richtig die Bilder überhaupt haben. Wie tut meine Kamera am besten das Licht aufnehmen? Man muss ein paar Kameraeinstellungen ändern, wenn man wirklich mit der Kamera arbeitet. Und mit dem iPhone geht das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Da mit der Kamera hat man einfach viel mehr Einstellungen. Aber da seht ihr ungefähr, was wir so für Bilder gemacht haben. Man kann auch ein bisschen kreativ sein. Da hat mein Freund zum Beispiel ein Blatt Papier genommen, hat es zusammengerollt. Und dann war das eben auch so ein schönes, ästhetisches Foto mit halt verschiedenen Formen im Bild, um Ketten zu fotografieren. Und was wir dann gemacht haben, um eben diese Bilder zu fotografieren, mit diesem weißen Hintergrund. Das sind ja meistens so die ersten Bilder, die man auf dem Online-Shop sieht, wo man das Produkt, also wo das Produkt wirklich im Fokus ist, ist das Produkt natürlich erst mal flach auf diese Fotobox, auf diese Platte zu legen und dann erst mal so zu fotografieren. Das Licht ist wirklich das Wichtigste. Also schaut auf, dass das Licht einfach sehr, sehr gut ist, dass man das Produkt erkennt und auch die Details des Produkts gut erkennt. Und dann, wir haben zwar beide Photoshop-Skills, haben aber dann auch eine Methode gefunden, die ich mit euch teilen wollte, die eben auch sehr einfach ist für Anfänger gerade. Ich habe euch schon ein paar Mal die Website Canva empfohlen. Und auf Canva kann man ganz einfach, also automatisch, den Hintergrund entfernen. Dafür braucht ihr die Pro-Version, aber ihr könnt Canva 30 Tage kostenlos testen und da erst mal schauen, kommt ihr damit überhaupt klar und da auch eure ganzen Bilder eben machen. Schauen, ob es sich für euch lohnt, eben Geld dafür zu bezahlen. Ich glaube, Canva kostet pro Monat, ich glaube, 12 Euro. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und da könnt ihr dann ganz einfach eure Bilder draufziehen, den Hintergrund entfernen und Schatten einfügen. Und das war's. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Und dann habt ihr eigentlich schon eure Fotos. und es ist so kinderleicht. Es gibt auch Apps dafür, wenn ihr lieber mit Apps arbeitet. Ich kann euch auch eine App einblenden, die das eben auch sehr, sehr gut macht. Sie heißt Pixel Cut. Mit der App könnt ihr eben das Gleiche machen. Einfach den Hintergrund automatisch entfernen, ohne dass ihr da die Punkte ziehen müsst, wie bei Photoshop jetzt zum Beispiel. Dann das Bild in einen weißen Hintergrund einfügen. Wie gesagt, Canva kann ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr eher so ein App-Mensch seid, dann auf jeden Fall Pixel Cut. Canva gibt es auch als App, also könnt Canva auch auf dem Handy benutzen. Und damit haben wir dann eben auch zum Teil unsere Bilder gemacht. Als allererstes geht ihr auf Canva.com und erstellt euch da eben ein Profil und fangt diese 30-tägige Testversion an. Oder ihr könnt auch direkt mit der Pro-Version starten. Und dann würdet ihr gehen auf Design erstellen. Also auf Canva kann man noch viel mehr Sachen machen. Das werdet ihr dann sehen, aber ich zeige euch jetzt nur genau diese Funktion. Ihr geht auf Design erstellen und gebt da eben eine Größe ein, die ihr haben wollt. Und dann bekommt ihr eben so ein leeres Template. Und da würdet ihr dann eure Bilder reinziehen und hochladen. Und dann habt ihr erstmal euer Bild ganz normal, so wie ihr es geschossen habt, eben mit eurem ganz normalen Hintergrund. Also ihr ladet das Bild hoch, müsst dann einfach nur auf das Bild klicken, oben links auf Bild bearbeiten und dann auf Hintergrund entfernen. Und schon wird euch der Hintergrund entfernt und das Bild ist eigentlich so gut wie fertig. Ihr könnt dann nochmal auf Bild bearbeiten gehen und einen Schatten hinzufügen, schauen, welcher Schatten passt am besten, den Schatten auch nochmal an sich bearbeiten, den Winkel bearbeiten, die Stärke des Schattens bearbeiten, Weichzeichne einstellen und so weiter. Und dann braucht ihr das Bild eigentlich nur noch zu benennen, herunterzuladen, abzuspeichern und in eurem Shopify-Store oder wo auch immer hochzuladen und seid schon fertig. Und das macht ihr dann einfach mit allen Bildern. Und dafür braucht ihr nicht irgendwie großartig Skills, wie gesagt, sondern mit Canva Pro geht das mega, mega einfach. Ihr habt gesehen, das dauert ein paar Sekunden. Also der größte Part oder der zeitaufwendigste Part ist eigentlich einfach die Bilder zu erstellen und danach das Bearbeiten an sich, kommt natürlich darauf an, wie viele Bilder man hat, ist wirklich sehr leicht mit Canva. Ich habe noch einen weiteren Tipp für euch, einen Bonus-Tipp, wenn ihr Kleidung verkaufen solltet, dann habe ich auch schon gesehen, dass Leute sich fragen, wie mache ich denn diese Mannekan-Bilder? Also diese Bilder, wo es aussieht, als hätte jemand das Oberteil an, aber es ist keine Person zu sehen. Also sowas zum Beispiel. Und solche Bilder könnt ihr erstellen mit dem Programm Auto-Retouch. Ihr geht einfach auf autoretouch.com und da findet ihr mehr Infos dazu. Ich kann auch ein separates Video dazu machen, wenn es euch interessiert. Aber da müsst ihr einfach nur kurz zusammengefasst Bilder machen von euch, wie ihr die Produkte tragt oder an einem echten Mannekan. Und dann die Bilder da hochladen und das Programm erkennt eigentlich sofort, wie es dieses Bild, beziehungsweise die Kleidung ausschneiden muss, damit es so aussieht, als würde es jemand tragen. Also Auto-Retouch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Kleidung verkauft. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war lehrreich für euch. Falls ihr hinterlasst, mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert mich auch gerne. Wie gesagt, es folgen jetzt noch mehr Vlogs auch in Zukunft und ihr werdet sehen, was hinter den Kulissen so abläuft. Es folgen auch mehr Videos zum Thema Spiritualität, aber natürlich auch zum Thema E-Commerce. Oder was auch immer ihr euch wünscht. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, was für Videos ihr haben wollt. Ich schreibe immer fleißig mit und versuche dann die ganzen Videos umzusetzen. Danke nochmal fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Mal.